Herzlich Willkommen liebe STP-Fans, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, unseren Neuzugang Jakub Silvestre vorzustellen, ihm ein paar Fragen zu stellen und darauf freue ich mich jetzt. Erstmal herzlich Willkommen Jakub, schön dass du bei uns bist und da komme ich schon zur ersten Frage, warum hast du dich für Paderborn entschieden? Ja, also ich glaube das war ziemlich einfach für mich und ich glaube, dass in dieser Mannschaft richtig viel Potenzial steckt und ich glaube, dass wir nicht zurecht stehen, aber wir sind und ich glaube, dass ich mich hier so gut anpassen kann und auch wieder in die zweite Liga so wieder reinkommen, nach diesem halben Jahr, wo ich nie gespielt habe und ich glaube, das ist ein guter Schritt für mich. Sehr gut, positive Einstellung, wo man mitgebracht hat. Was hast du dir vorgenommen für die kommenden Monate? Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, dass ich habe jetzt nicht gespielt, lange Zeit und ich möchte wieder so Spaß am Spielen haben und ja, so vorgenommen habe ich einfach das Gas zu geben, so jede Minute oder auch jede Sekunde auf dem Platz zu genießen und auch so alles für die Mannschaft zu machen. Stehst du lieber alleine im Sturmzentrum oder spielst du dann auch eher im 4-4-2 mit der zweiten Sturmspitze neben dir? Wo siehst du deine Vorteile? Ja, also meine Stärke, ich glaube, ich kann nutzen, so mit zwei Stürmern, so wenn ich so ein bisschen beweglich bin und dann ich kann so rumlaufen, wo ich will, dass ich so auch Einspielstation habe, aber ich glaube, das ist wichtig, dass die Mannschaft so als Truppe angreift und dann ist egal, ob wir spielen mit einem Stürmern oder mit zwei oder mit drei, ist es wichtig, wie viele Leute wir haben mit sechs Szenen und dann, wie wir als Mannschaft agieren. Ja, das ist, denke ich, sehr schön, dass Jakob bei uns ist, sich viel vorgenommen hat und wir werden dich tagkräftig unterstützen, damit du vorne knipsen kannst. Okay, danke schön. Danke auch. Danke schön. Okay.